Du deine Hände ans Leckrad und schalt mal rechtsseite bitte. Maxa, ist es rot? Hä? Deine Augen machen, blinken will und alles vergesst. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind bei Ikea angekommen. Okay, Ikea. Das ist ein kleiner Insider von uns. Das ist Ikea. Müsst ihr nicht verstehen. Wir sind jetzt bei Ikea. Und jetzt schauen wir mal. Wo ist denn unsere Liste, Max? Ich habe verloren. Hast du verloren? Der Max ist schon wieder frech. Da stehen Preise. Oh Gott. Ja, wo ist denn die Liste? Ich habe verloren. Im Einsteigen. Dann brauchen wir jetzt Ikea. Ja, fahren wir wieder zurück. Ja, fahren wir wieder heim. Nettes Video. Also, tschüss. Tolles Video. Nein, Quatsch. Also, wir brauchen ein paar Sachen. Mal gucken. Aber ich muss tanken. Max, bitte tanken. Ach so, Anina. Okay. Gut, dass ich ihn dabei habe. Also gut, wir gehen jetzt da rein, wie gesagt, und schauen wir mal, was noch so passiert in den nächsten Stunden. Für euch Minuten. Was das ist? Hier wieder Quatsch machen. Der Hans. Der Hans Wurst. Also. Wo ist denn meine Jacke? Ach, da her. Moment. Wir sind noch nicht mal losgelaufen und der Max hat sich erstmal was zu essen geholt. Na toll. Womit habe ich das verdient? Ich bin jetzt los. Ich habe es nämlich dann auch wieder eilig. Mach Hinde. Wie stresst denn jetzt? So bin ich. Wie? Du gehörst ins Kinder-Paradies. Und wo lange laufen? Hast du schon einen Plan? Max wohl ordentlich. Schaut euch das an, ey. Es ist gut, dass ich einen Max habe. Ich will jetzt hier kreuz und quer durch die Gegend laufen und keinen Plan haben. Aber deshalb ist es ja gut, dass ich einen Max dabei bin. Der Max hilft mir einfach nicht beim Einkaufen. Schaut mal, wo er sich jetzt hingesetzt hat, aufs Bett. Was machst du denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also gut, wir gucken mal weiter. Ich bin irgendwie gerade voll müde. Liegt vielleicht an der Schlafzimmerabteilung. Der Max möchte Gläser für seine Chill-Out-Area. Sieht gar nicht schlecht aus. Was kosten die Max? 1 Euro. 1 Euro? 99 Cent, genau das steht es. Wie viele nimmst du? 6. Okay. Das ist der Typ von Presentations in diesem Club von der Pinsadela. Alter. Okay, Eis. Max muss das jetzt die ganze Zeit überholen. Der Arm. Kann man mal gescheite Musik hören? Ich habe übrigens alles bekommen bei IKEA da hinten. Ihr könnt das sehen. Zeig es euch dann, wenn wir zu Hause ankommen. Ja, also ich zeig's euch. Der Max wollte ja einiges für seine Chillout-Area haben und haben auch einiges bekommen, ne? Stimmt? Max ist ganz aufgeregt, weil er gerade überholt hat. Nee, Quatsch, Scherz. Ist ja das das erste Mal, ne Max? Oder war das das erste Mal, dass du überholt hast? Nee. Nee, ne? Aber das war als Thanksgiving, wenn wir ihn überholt haben. Ja, genau. Hat ganz schön lange gewartet, der Max, dass er überholt konnte. Okay, also, wie gesagt, wir haben alles bekommen bei Ikea, ne? Und jetzt geht's heim und dann muss ich zum Kochen. Der Alessandro wartet schon, der Max tanzt schon wieder. Zu einer komischen Musik, die ich schon in den 90ern gehört hab, übrigens. Hast du nicht irgendwie was Modernes? Das dauert, bis wir hier die richtige Musik haben, glaub ich. Da sind wir ja schon lange daheim. Ja, ich würde mal Partymusik anmachen, das geht schon. So gut, oder? Ja. So gut, oder? Ja. Ich bin nicht so fit von den Jugendlichen, muss ich ja nicht sein, ne? Ist ja nicht mein Alter. Aber es ist spannend zuzugucken, ne? Immer mit den Handbewegen so. Was gibt's noch? Und bling, bling und keine Ahnung, was der hat los. Ich hab Spaß, es ist besser als Fernsehen. Ähm, ja. Okay, also. Auf geht's, wie gesagt, nach Hause. Wir fahren ja ein ganzes Stück bis zur Ikea. Und, ähm, der Lassi wartet schon. Ja, und mir ist kotzschlecht, wenn der Max nicht gut Auto fährt. Lauf, der fährt gut Auto, aber als Beifahrer mach ich mich nicht so gut. Ne, Max? Ja. Das Teil dahinter ist übrigens für den Moritz. Ja. Naja, auf jeden Fall müsste ich mir hier mal immer Tabletten erbunkern. Max, äh, wenn du fährst. Dann lamentiere ich auch nicht so viel rum. Ne, ich lamentiere nicht. Ich mach mir es hier bequem, schaut. So, sitz ich da. Und nervt den Max ein bisschen. Während der fährt. Was soll ich machen? So bin ich. Ne, Max? Ja. Das ist ja für den Moritz, ne? Ja, das ist für den Moritz. Warte mal, Moritz, fang! Ey, damit könnte ich weg. Ja, aber echt, wie Dumbo. Als Ohren kannst du das nehmen, Max. Ach so. So, auf geht's. Mach dein Zeug hoch für deine Chillout Area. Chillout Lounge. Entschuldigung. So, hier das bei dir. Hier. Du hast doch gar keine Toilette unten, Max. Das ist, um Leute zu verkugeln. So, was haben wir noch? Das hab ich mir gegönnt. Schau dir mal, was ich alles wieder wegen dem Max kaufen musste. Unglaublich. Nur damit er es bequem hat in seiner Chillout Area. Lounge. Lounge. Ich trag das hoch, Max. Das ist nicht ganz so schwer. Oh, das ist doch schwer. Das soll der Moritz selber holen. Und hier sind noch die Kissen für die Chillout Lounge, die der Max sich ausgesucht hat bei Ikea. Und zwar sind diese Überzüge hier ganz, ganz kuschelig weich. Das Kissen, also dieses unten drunter, das hat er sich auch noch neu gekauft. Und eben diese Überzüge, genauso wie diese beiden hier. Die sind halt sehr groß, wie ihr sehen könnt. So sehen die aus. Und das kommt jetzt allerdings alles noch in die Wäsche. Damit ich ihm das schön durchwasche und dann nochmal drüber mache. Er wollte jetzt nur mal sehen, wie es halt aussieht. Das kommt ja dann alles runter eben. Und hier ist eins ohne Überzug. Genau, das ist einfach nur so ein Kissen. Die sind da recht günstig bei Ikea. Könnte man so auch sehen, ne? Auf dem Sofa zum Beispiel. Oder eben unten bei Max. Aber dazu hat er sich auch noch einen Überzug gekauft. Genau, und jetzt muss ich ganz schnell zum Kochen. Wir sind fertig mit Essen. Ihr habt gesehen, was ich vorbereitet habe. Ich bin pappsatt. Gut, dass ich solche Pullis hier habe, ne? Die mir kilometerweit zu groß sind. Aber ich liebe sie, meine Oversized Pullis. Vielleicht habt ihr ja meinen Fashion Haul dazu gesehen. Da habe ich euch ganz viele Pullis in dieser Art gezeigt. Kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken, das Video. Wir gehen jetzt mal gemeinsam runter zu Max und schauen, was er da so macht. Dann kann ich euch auch zeigen, was wir gekauft haben für seine Chill Out Area. Und hier ist auch noch so einiges. Das muss ich noch wegräumen. Und zwar zum einen noch mein Engel. Da habe ich aber schon den Karton hochgeholt. Da ist er. Der Originalkarton. Damit meinem Engel nichts passiert. Und hier ist weitere Weihnachtsdeko. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die wegzuräumen. Mein Gott, sei es drum. Ich weiß, ich bin spät dran. Diese Teile hier zum Beispiel, die möchte ich draußen in meine Steine pflanzen. Damit ich diese Schale umändern kann. Hier sind meine Eichhörnchen. Die kennt ihr ja schon. Wahrscheinlich zur Genüge, ne? Ich liebe die. Und ja, wir gehen jetzt wie gesagt mal runter. Das Licht wird leider nicht besser. Es ist so dunkel. Aber das hängt wahrscheinlich mit an der Jahreszeit, ne? Also irgendwie war die Sonne gar nicht richtig draußen. Und jetzt ist es schon wieder düster. Also gut. Egal. Wir gehen jetzt mal runter. Da hinten ist auch die Bella. Haha. Bella. Haha. Jo, wie machst du? Hm? Komm, wir gehen mal zu Max. Komm, wir gehen zu Max runter. Na komm. Haha. Jetzt sind wir unten bei Max in der Chillout Area. In der Chillout Lounge. Entschuldigung. Also für alle, die uns nicht kennen. Der Max hat natürlich sein eigenes Zimmer, aber er hat sich das hier unten eingerichtet. Und zwar ist es der hintere Bereich unserer Garage. Er hat alles, was hier gestanden ist, nach vorne gepackt. Die Garage da vorne sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das darf man echt keinem Menschen zeigen. Und er ist halt immer noch dabei, alles hier langsam einzurichten. Immer wieder kommt irgendwas dazu. Und deshalb waren wir ja heute shoppen. Hier zum Beispiel hat er sich so eine Schiene dran gemacht. Und hier kommt jetzt so ein Magnet dran, damit es dann hier so dran hält. Also dieser Vorhang. Weil wenn man jetzt da durchlaufen würde, dann kommt man zur Garage. Und es zieht auch ein bisschen rein. Aber der Max hat auch eine Heizung hier. Gut, ich meine, das ist eine Garage. Ist klar, dass es auch ein bisschen frisch ist. Da ist er. Dann macht er sich gerade den Vorhang von der anderen Seite noch dran. Und hier hat er sich, glaube ich, auch schon ein Magnet dran gemacht. Ja, da könnt ihr es sehen. Und ich kann euch ja auch mal die Seite kurz zeigen. So sieht es jetzt hier auf der Seite aus. Aber wie gesagt, der Max ist noch nicht fertig. Und die geshoppten Sachen, die zeige ich euch dann später oder morgen. Je nachdem, wie weit der Max jetzt kommt. Dass es auch ein bisschen ordentlicher aussieht. Ne, Max? Ja. Ja, genau. Okay, dann bis später. Da ist übrigens auch die Bella. Bella? Die ist auch immer hier, ne, Bella? Bei Max. Ne? Okay, also, bis später. Das hat der Max sich auch noch bestellt für seine Chill Out Lounge. Und zwar diese Art Disco Kugel. Die könnte man so auch an die Decke quasi montieren. Und das Witzige an diesem Teil ist, was richtig genial ist, dass die quasi nach dem Beat das Licht richtet. Also, versteht ihr, wie ich meine? Das war gerade wahrscheinlich kein Deutsch. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Also, oben ist es natürlich viel zu hell. Ich mache das jetzt mal eben hier unten zusammen mit Max. Wir machen das Licht aus. Dann könnt ihr sehen, was diese Kugel kann. Und dann könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr sowas cooles auch noch sucht für euch. Für eure Party oder für euer Zimmer. Was auch immer. Also, ich finde es auch richtig cool für das Geld. Also, hier hat sich jetzt gerade die ganzen Möbel rausgestellt in die Garage. Und die kommen dann jetzt gleich wieder in die Lounge. Also, der Max hat jetzt fleißig durchgewischt bzw. durchgesaugt erst. Und so sieht jetzt also der Boden hier aus. Hier kommen jetzt gleich die ganzen Möbel rein. Und ja, ich bin mal gespannt. Es sieht sehr chaotisch noch hier aus. Ich zeige euch mal lieber nicht, was hier hinter mir los ist, ne, Max? Neuer Tag, neues Glück. Der Max hat soweit seine Chillout Lounge. Genau, ich sage nämlich immer Area. Fertig gemacht. Ich blende euch das mal ein. Er ist soweit ganz gut vorangekommen. Ja, würde ich schon sagen. Hier drüben sieht es so aus. Schau dir mal. Ein bisschen was muss er noch aufräumen. Oder erzählen wir mal ehrlich, Max. Ein bisschen was da. Also gut, ich frage mich tatsächlich, warum der Max hier unten ist. Er hat nämlich wirklich ein ganz schönes Zimmer. Aber so mit seinen Kumpels will er halt hier unten abchillen. Ne? Da können sie laut Musik hören hier. Und Nintendo spielen. Und so richtig laut sein. Ja, oben eigentlich auch. Nö. Nö. Was ich auch richtig cool finde. Schaut mal, was er hier gemacht hat. Da hat er sich so einen Würfel hier rein. Der steht eigentlich bei uns im Garten. Den hat er sich jetzt hier reingestellt. Sodass das dann beleuchtet ist. Und das war ja für die Nüsse. Das war von Leonardo. Und ja. Das war es jetzt soweit von der Chillout Area. Bei Ikea haben wir die Kissen da gekauft. Eine Decke hat er sich gekauft. Die ist hier noch. Und noch ein paar Kissen. Wo hast du die anderen Kissen hin? Ach, da habe ich die Überzüge gewaschen. Ja. Genau. Und was haben wir noch bei Ikea gekauft? Hier sind die Gläser von Ikea. Also gut. Das war es jetzt soweit von meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Zusammen mit Max bei der Ikea. Kleiner Rundgang. Ich habe euch einfach mal mitgenommen. Ich denke, hier wird sich noch einiges verändern. Aber ich nehme euch ja immer wieder mit. Da hinten ist übrigens auch die Heizung. Und diese Musikbox, die der Max mal gemacht hat. Kann ich euch auch mal zeigen. Genau. Das war ja die Musikbox, falls ihr euch erinnert. Und hier hinten, das ist die Heizung. Ja. Auch geil, ne? Oben ist es schön warm. Bitte? Da ist der Notausgang. Genau. Und da ist der Notausgang. Das stimmt gar nicht. Da geht es unter die Treppe und da stehen die ganzen Schlitten. Und Fliesen. Ja. So Ersatzfließen, falls mal was kaputt geht oben. Naja. Egal. Also gut. Ich verabschiede mich von euch. Ich versuche euch alles mal hier zu verlinken. Das hat er von Amazon. Und dieses Schild hier hat er auch von Amazon. Zum Beispiel das war von Desenio. Hatte ich euch ja auch erzählt. Und so weiter. Schaut dazu einfach mal unten in die Infobox. Und jetzt verabschieden wir uns. Denn ich muss jetzt ganz schnell auf die Arbeit. Ne Max? Genau. Und der Max hütet's Haus. Und ich hoffe, dass hier nichts abfackelt. Also. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao ciao. Das war's für heute.